Na alle zusammen, tschüss für Deutsche Laa und heute bin ich wieder für euch in Battle for Esser Shot unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Chief Wingard präsentieren. Heute geht es nämlich um den Erfolg, gutes Augenmaß und für diesen Erfolg müssen wir Unat Vorbote der Leere im Tiegel der Stürme auf dem Schwierigkeitsgrad normal oder höher bezwingen, ohne dass Enzot unsere Bewegungen bemerkt. Und zwar solltet ihr als allererstes wissen, was hier in dem Kampf Enzot ist. Das ist das Auge, das wir hier im Hintergrund haben, ist relativ groß. Und dieses öffnet sich immer dann, wenn der Boss 100% Energie erreicht hat und schließt sich wieder, wenn der Boss bei 35% Energie ist. Also man hat da schon eine relativ lange Zeit, wo das Auge offen ist. In dieser Zeit dürft ihr keine einzige Bewegung ausführen, das schließt auch Fähigkeiten ein, wie Blink zum Beispiel, einen Charge, ein Skull Bash vom Drill Tank oder Katze hat es ja auch, ist zum Beispiel auch dabei, mehrere Fähigkeiten vom DH, weil der hüpft ja mit seinen Fähigkeiten immer recht lustig hin und her, das dürft ihr auch nicht einsetzen. Wenn ihr da auf Nummer sicher gehen wollt, setzt vielleicht am besten einfach gar keine Fähigkeiten in der Zeit ein. Ihr müsst wissen, dass diese Phasen relativ lang sind. Kann also sein, dass es dann eure Gruppe Schwierigkeiten hat, den Boss zu legen. Am besten schaut ihr mal, wo ihr euch bewegt mit und wo ihr euch nicht bewegt mit und dann könnt ihr gucken, beim Drill Tank konnte ich eigentlich fast alles machen, wie bis auf die Charges halt. Das solltet ihr am besten dann sein lassen. Der Boss geht nicht nur zwischen den 95 und 40 Prozent, wird nicht nur das Auge getriggert, sondern auch, wenn der Boss in die nächste Phase geht. Und zwar ist es dann so, dass der Boss einmal in die Suppe läuft, Richtung Auge, da was draufcastet und dort solltet ihr am besten auch gucken, dass ihr euch nicht bewegt, denn das zählt hier quasi auch als, ja, von Entzot beobachtet und dementsprechend, da dürft ihr euch auch nicht bewegen, heißt zwischen 95 und 40 nicht moven und wenn die Phase switcht, dann auch nicht moven. Alternativ könnt ihr natürlich auch immer gucken, wie es mit dem Auge aussieht. Kann natürlich sein, dass ihr es dann zu spät seht, wenn ihr es gerade aufmacht und es dann für das Achievement nicht mitgetriggert wird. Eine kleine Randnotiz, am Anfang war das bei dem Achievement hier auch so, dass man sich sterben lassen konnte gleich am Anfang und das Achievement trotzdem bekommen hat, denn das Ganze ist hier ein Personal Achievement, heißt, jeder ist quasi sein eigenes Glücksschmied. Ihr habt nur die Voraussetzung, dass ihr quasi richtig moven müsst und nicht die anderen Spieler. Wenn ihr das komplett richtig durchspielt, ich habe das ja auch in der Random Gruppe gemacht, bekommt ihr den Erfolg und alle anderen dementsprechend dann nicht. Also ihr könnt da schon ein bisschen gucken, es auch in der Random Gruppe machen und müsst es nicht unbedingt in einem festen Raid Setup machen, das jetzt ausschließlich das Achievement macht. Das mit dem Sterben klappt leider nicht mehr, ich habe das ausprobiert, habe mich bei einer Random Gruppe am Anfang sterben lassen, die haben den Boss auch gelegt, im NHC war das, da ging das ganz gut durch und ich habe das Achievement nicht bekommen, also wenn, dann hat es gebackt oder sie haben das mittlerweile gefixt mit dem Sterben. Ja, das sind alle Informationen, die ich euch soweit geben kann. Ich würde sagen, als Tank ist es ein bisschen schwieriger, weil man ja immer den Boss und die Ads auseinander tanken muss. Da muss man ein bisschen gucken, weil man da ja eigentlich schon moven sollte, aber als CD und Heiler sollte es eigentlich kein Stress sein, einfach ein bisschen aufs Auge achten beziehungsweise auf die Prozente und dann habt ihr eigentlich den Erfolg. Seht, bei uns ist gerade die Tiefen aufgeploppt, sonderlich schwierig war es nicht. Ich wünsche euch da viel Glück zu und ja, vielleicht, wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.